So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und wir haben da eine richtig fette Eilmeldung für euch. Das muss ich jetzt unbedingt raushauen, beziehungsweise das, was ich jetzt eigentlich machen wollte, kann ich gerade nicht machen, weil... Dann ist es egal, das erklären wir euch mal später, was da passiert ist, ne? Ähm, die 400 Freunde sind da, ja? Ich konnte es nicht glauben. Hannes hat mir geschrieben frühs, hey Ramses, ich glaube die 400 Freunde sind da, ich sag's sicher. Ja, dann hat mir Taubsy geschrieben, Ramses, die 400, jetzt aber richtig? Ich so, sicher? Und natürlich, es ist so, ich habe geguckt in diversen Gruppen, es ist offiziell. Ich habe jetzt auch beim Community-Tab hier diesen Beitrag mal gepostet, ihr könnt also jetzt eure Freunde bis zu 400 aufstocken. Steht hier sonst noch was? Nö. So, tschüss, das war's mit dem Video. Nein, Spaß. Ich möchte natürlich jetzt die Chance nutzen. Zuhören, ja? Es ist noch unklar, ich weiß es nicht. Es liegt die ganze Zeit, die Leute haben gesagt, wenn du dann aber 400 Freunde haben kannst, kannst du da noch mehr Geschenke öffnen? Was für mich in erster Linie aber wichtiger war, ist, wenn man 400 Freunde haben kann, kann man da noch mehr Geschenke verschicken. Denn bei 200 Freunden habe ich immer 100 Geschenke verschickt jeden Tag. Jetzt war das so, du hast 100 Geschenke verschickt, dann haben 100 Leute bekommen und 100 Leute haben nicht bekommen. Dann haben die 100 Leute interagiert und die anderen 100 haben am nächsten Tag bekommen, sodass man eigentlich jeden zweiten Tag mindestens ein Geschenk gekriegt hat. Wenn man jetzt geradet hat und eh interagiert wurde oder geöffnet wurde, von meiner Seite aus, war es nicht mehr nötig, diesen Leuten ein Geschenk zu schicken, ist ja klar. Also konnte man am Tag trotzdem 100 verschicken, man konnte 30 öffnen, man hat vielleicht mit 20 agiert. 150 Leute haben trotzdem jeden Tag sozusagen interagiert von den 200. 50 Leute sind ohne was geblieben, aber diese 50 wurden 100%ig am nächsten Tag versorgt. Das ging auf jeden Fall sehr gut und ihr seht, ich habe immer die 199 Freunde drin, damit ich nämlich, also 200 konnte man ja haben, einen Platz habe ich freigelassen, damit ich immer noch Anfragen erhalten kann. Jetzt ist es das erste Mal so, wirklich, ich kann einfach alles annehmen, was da ist und zufällig sind natürlich noch 59 Freundschaftsanfragen da. Ja, ich erkläre das auch gerne nochmal, weil viele sagen, Mann, ich warte schon einen Monat lang und du hast meine Anfrage immer noch nicht angenommen. Wenn eine Freundschaftsanfrage geschickt wird, bleibt die nur sieben Tage bestehen, ja. Sieben Tage, guckt es euch an, sieben. Nach sieben Tagen verschwindet die automatisch. Ich muss die nicht ablehnen oder irgendwas, die verschwindet automatisch. Und jetzt wollen wir mal, viele werden die Chance jetzt nutzen, die 59 neuen Freunde begrüßen und wirklich gucken, ob wir über die 200 hinauskommen. Müssten wir aber. Wir haben jetzt hier Jollix, wir haben Borki. Borki war ich schon Best Friend, ist jetzt wieder drin. Beziehungsweise, wir können ja mal ganz kurz gucken, Borki. M-m-m. Ah, Borki ist tot, fertig, gibt kein Borki. Was ist das denn schon wieder? Auf jeden Fall habe ich jetzt 201. Ihr seht, es funktioniert erst mal. Borki. Borki ist schon Best Friend, ist jetzt wieder drin. Man hätte natürlich sagen können, Borki, wir warten die 121 Tage. Das ist ja auch ewig verrafft. Ihr wisst, ihr braucht 90 Tage von Stufe 1 bis Stufe 4 mit euren Freunden. Interaktionen, ja, also 90 Interaktionen. Wenn ihr einen Tag nicht interagiert, ist das keine Interaktion, dann dauert das halt länger. Ihr braucht 90 Tage, um effektiv mit Interaktionen zu leveln, auf beste Freunde. Und man ging immer davon aus, 90 Tage, nachdem man entfreundet ist, dass das abklingt und man wieder von vorne anfangen kann. Mit Hauptsie habe ich da ewig rumgeknört, wir haben das nicht geschafft. Denn Dulli Squad hat ja Lösungen gegeben. Man braucht 121 Tage, bis das abklingt. Also da muss man erst mal drauf kommen, das weiß doch kein Mensch. Theoretisch hätte ich mit Borki jetzt also 121 Tage warten können, dann wäre der Freundschaftslevel komplett erloschen. Und wir hätten wieder bei 0 anfangen können und wieder erneut leveln, leveln, leveln für Punkte und sonst was hin und her. Jetzt habe ich ihn aber angenommen. Ich werde halt jetzt deswegen sowieso erst mal alle annehmen, die da sind. Ob man dann überhaupt irgendwann noch Punkte kriegt oder ob alle einfach nur noch in der Liste rumschimmeln, sieht man dann. Skyfall ist jetzt hier da. Ludinho ist auch Best Friend gewesen. Ich denke mal, der ist auch immer noch Best Friend. Wir haben Yannis, King Andi, Kabi Samra. Kabi Samra war auch am Start. Jetzt will ich trotzdem mal gucken. Ja, Kabi Samra auch noch Best Friend natürlich. Ludinho. Ludinho nicht mehr. Ludinho kann neu leveln. Glückwunsch Ludinho. Aber ihr seht, ich kenne doch meine Schäfchen, ne? Alle meine Schäfchen. Shaggy ist jetzt hier. MC Glurak. Anthony Bilbo. MediCorp. Hase HD. Secret Pancake. Jasmin. Wir haben Diana. Wir haben Hopsy. Wir haben Bad Dragan. Dragon. Dragon. Dragan. Wir haben Blaze. Wir haben Jacques Tiep. Jacques Tupé. Wie auch immer. Viele kennt man natürlich aus Raids für Zuschauern, die dann immer statt den Raid-Account, den großen Account hätten. Wir haben Marvin. Wir haben Vic Noix. Wir haben Sprudis. Sebi. Pinit. Coman. Lukas. Luca Lexis. Michael Felix. Der eine. Aaron da. Sieben. Open. Big. Talus. Nick Team Rot. Nico. Nico Team Rot. Daniel. Ram. Mega Bot. Stanley. Demon Anarchy. Die dämonische Anarchie. Demon. 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 Anarchy. Migo. Monkey. White Shadow. Vor mehr als zwei Tagen. Freiless Levray. Levray. Brexta. Auf jeden Fall. Psyon. Psyon. Other King. Best. Nicht Braun. Braun. Sondern. B-B-B-B-Best. Wir haben die wilde Biene. Äh. Das wilde Biene. Sorry. Dann haben wir Hamlet. El Chalabeno. Kennt man. Kofi. Fifo. Syntex. Jonas. Pokemoni. Wir haben Puni. Superball Junior. Finlay. Pro Gamer. Macho. BXD. Sharon. Das ist wie Wrestlemania. Das wird schon durchnummeriert. Sharon. 15. 16. 17. 18. Wir haben GHD irgendwas. Quick Nick 500. Hat noch jemand Quick Nick 500 da hinten rumliegen? Ja klar. Bitte Chef. Oh. Dankeschön. Der hat jetzt gefehlt. Bam. Und wir kommen jetzt auf 258. Freunde. Da seht ihr. Da ist noch Lust. Äh. Lust. Da ist noch Luft nach oben. Ich werde jetzt nicht wie andere vielleicht hier den Freundschaftscode zeigen. Nein. Das mache ich nicht. Ich werde einfach wirklich sagen. Die Leute, die mit mir befreundet waren. Auch auf beste Freunde. Meinetwegen. Wenn wir beste Freunde waren. Und ihr sagt. Euch ist das nicht so wichtig mit dem Neuleveln. Lass uns lieber beste Freunde sein. Und wir haben uns vor kurzem erst getrennt. Dann schickt mir einfach bitte erneut eine Anfrage. Da nehme ich euch wieder an. Dann habt ihr natürlich darüber auch wieder die Möglichkeit bei Raidmania mitzumachen. Ihr wisst ja Raidmania ist ein Format wo ich mich von meinen Freunden einladen lasse. Immer Mittwoch zur Raidstunde wo ich eure Einladungen annehme. Je mehr Freunde man hat. Je mehr Möglichkeiten bestehen für mich durchweg gehen zu raiden. Und für euch natürlich die Möglichkeit mitzumachen. Wenn ihr nicht in der Liste seid könnt ihr nicht mitmachen. Jetzt können also nicht nur 200 Leute einladen. Dann könnten im Maximalfall also 400 Leute einladen. Das klingt doch auf jeden Fall fresh. Und die Leute die mal fragen wie ist dein Code. Kann man dich adden. Kannst du mich adden. Kann ich dich adden. Kann man nicht adden. Addet mich. Solange wie ich jetzt Platz habe habe ich Platz. Und wir können bis 399 hoch gehen. Solange kann ich eure Anfragen annehmen. Wer es nicht weiß und denkt. Hä will der mich verarschen. Wie soll ich denn seinen Code rausfinden. Ich kann doch nicht einfach Pause drücken in dem Video und gucken. Guckt in die Beschreibung. Unter jedem Video. Unter jedem Stream. In der Beschreibung steht der Trainercode dabei. Stehen Social Media Links. Stehen diverse Raid Gruppen. Fan Gruppen. Sonst was. Da seht ihr immer heftige korrekte Leute. mit denen man irgendwas machen kann. Nochmal Felix will ein Raid. Oh nein. Geh mal weg. Jetzt sind wir denn bei 9. Ich glaube. Nicht dass es wieder heißt. Der Ramses muss Videos auf 10 Minuten strecken. Würde ich sagen. Wir beenden das Video. Ich werde jetzt hier aber wahrscheinlich den Geronimats Raid noch machen. Nein. Jetzt habe ich falsch gedrückt. Ich werde jetzt den. Oder wollt ihr den noch mitmachen? Wollen wir kurz gucken ob es ein Shiny wird. Machen wir fix den Geronimats Raid hier an der Ecke. Da müssen wir aber noch 2 Minuten warten wahrscheinlich. Weil da keiner mitmacht. Wir können aber gleich. Von unseren neu dazu gewonnenen Freunden. Die wir eingeladen haben. Gucken wir mal bei ganz frischen. Wenn wir jetzt auf Freundschafts Level gehen. Und bei mir ganz frisch welche drin. Wir laden einfach mal die ersten 5 hier ein. Vielleicht kommt ja einer rein. Vielleicht macht ja einer mit. Dann machen wir den Geronimats Raid. Denn ich habe zwar schon beide Shiny. Also Geronimats und Wakasha. Wakala. Können wir ja einfach zeigen. Gero. Und Entwicklung. Jetzt seht ihr hier. Da sind noch ein paar Geronimats übrig. Aus den Eiern. Dann habt ihr hier Shiny Geronimats. Achso. Das ist ja jetzt nur fürs Team willen. Und hier habt ihr. Wasch. Waschak Wil. Wollen wir mal mit einem Waschak Wil. Gegen einen Geronimats kämpfen. Das ist auf jeden Fall heftig. Anton. Anthony Bilbo. Ist mit reingekommen. Sehr schön. Guten Tag. Anton. Aus Bilbo. Anthony Bilbo. Jetzt bist du auch gleich mit dem Video dabei. Und wir können zusammen einen Geronimats Raid machen. Wir kriegen gleich Stufe 1 von unserer Freundschaft. Ist das nicht heftig? Ich habe die ganze Zeit auf jeden Fall drauf gewartet. Es war schon möglich. Wenn ihr Harry Potter Wizards Unite spielt. Ja klar ist die Arena zu weit weg. Ich bin mit einem Fanrate Pass drin. Hä? Was ist los? Wenn ihr Harry Potter Wizards Unite spielt. Und Pokémon spielt. Dass ihr eben die Freunde von dort. Die ihr habt. Importieren könntet. Falls die auch beides spielen. Sodass ihr euch vernetzen könnt. Und konntet dadurch schon mehr als 200 haben. Ihr konntet aber nicht einfach so. Leute mehr annehmen. Seit heute ist das so. Ob man dann auch mehr Geschenke verschicken kann. Werden wir sehen. Müsste eigentlich so sein. Ansonsten wäre das ja kompletter Schwachsinn. Ihr habt 400 Freunde. Und könnt ihr 100 Geschenke schicken. Ich meine. Selbst wenn ihr 400 Freunde habt. Und 400 Geschenke schicken könnt. Wen juckt es denn? Wenn man sich die Mühe macht. Und die Zeit nimmt. Und jeden Tag so viel rausschickt. Dann sollte das einem selbst überlassen sein. Finde ich. Schade dass es da halt solche Grenzen gibt. Selbst bei annehmen. Äh. Bei öffnen. Wäre es denn jetzt schlimm. Wenn man 100 Freunde hat. Und man könnte 100 Geschenke öffnen. Wenn man sich die Zeit nimmt. Und 100 mal da drauf drückt. Wäre ein anderer. Ach nö. Ich mache heute keine Geschenke. Keinen Bock. Dann würde das an einem selber liegen. Aber nicht an. Dass man begrenzt ist. Und nur das machen kann. Was eine Yentic einem vorgibt. Aber gut. Das wäre wirklich zu krass. Dann wären alle schon im Minusbereich. Mit den Punkten. Einen Sonderbombom gab es sogar. So. Gucken wir mal kurz rein. Es ist natürlich kein Shiny. Aber es ist im Schnee. Wupp. Zack. Großartig. Einmal draufgeworfen. Und wenn das jetzt drin ist. Beenden wir dann fix das Video. Laden das fix hoch. Und dann muss ich mal gucken. Denn eigentlich wollte ich heute ja ein neues Gewinnspiel raushauen. Jetzt. Äh. Komme ich aber gerade nicht in den Account rein. Da muss erst bestätigt werden. Und erst seit das bestätigt ist. Kann ich reingucken. Und oh mein Gott. 10. 11. 10. Ich glaube das Beste. Was man aus dem Raid kriegen kann. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Freunde habt ihr momentan? Schreibt es mal rein. Und. Wenn ihr mit mir befreundet sein wollt. Schickt mir einfach eine Anfrage. Wie gesagt. Der Freundschaftscode steht in der Beschreibung. Guckt da einfach selbstständig mal rein. Nehmt den Code. Edit mich. Wenn ihr möchtet. Alles kein Problem. Da ist auch die Freundschaft gestiegen. Da ist sogar noch Glück sei angewiesen. Passt perfekt. Passt perfekt. Wie die englische Zeitform. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.